Herzlich Willkommen zurück Leute zum Trade-Up-Contract. Wir versuchen es. Wir riskieren einfach mal was. Wir trade-uppen, openen den Contract. Leider nicht von Lila. Gehen erstmal bis nach hinten durch. Wie weit wir kommen. Versuchen wir es einfach mal, ob das reicht. Das dürfte auch reichen. Da kriegen wir nochmal eine blaue. Die brauchen wir alle nicht. Die sind derp shit, sag ich einfach mal. So, er kann einfach raus. So, und hier steht sign in here und ich unterschreibe immer hier. Aber man muss here, ja, here muss man unterschreiben. Und das mache ich nie, weil ich mal so ein Draufgänger bin. Da habt ihr mich in den letzten beiden Parts drauf hingewiesen. Aber wir packen mal rein. Wir packen hier einfach mal was rein. Ob uns das jetzt hier was bringt. Wir packen XMs rein, UMPs, P90, A-Pistolen, AK, sogar eine AWP ist dabei. Und wir kriegen eine CZ-75-Auto Nitro. Fantastisch. Das hat sich doch gelohnt. Leute, da das hier so ein Special-Extra-Part ist, mache ich einfach den anderen Trade-Up-Contract auch noch mit rein. Dafür müssen wir nicht zwei Parts machen, ja. Bei den Case-Openings kann ich es verstehen. Die sind teuer. Diese Schlüssel, auch wenn ich sie geschenkt bekommen habe, bin ich sehr dankbar für. Aber, äh, das ist teurer Shit. Und, ja, oh, hier können wir eigentlich mal wieder richtig gut was pushen. Ja, proceed. Jetzt, zack, 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 zack. Schreibe ich komplett durch. Oh, das wurde abgebrochen. Zack, in the line. Yes, hier. Submit. Unidentified. Dann kriegen wir eine Gunsmoke. Die finde ich geil. Vom Design her ist die nice. Ja, hier oben war ein Contract nochmal. Gehen nochmal bis zum Ende durch. Reicht das nochmal? Das reicht sogar noch einmal. Oh, wir werden einiges an Derp Shit heute los. Erstmal auf jeden Fall aus Misten weniger Mist machen. Ja, let's roll. Eine durchgezogene Line. Submit. Submit. Approved. Tech-9. Very Camo. Sehr Camo soll das heißen. So, und wir spulen mir da hier bis zum Ende durch. Jetzt kommen wir schon zu den hellblauen. Reicht das? Das reicht nicht. Und dann können wir hier nichts machen. Aber die dunkelblauen müssten reichen. Die ist angelegt. Nichts, was angelegt ist, nutzen. Nein, die ist angelegt. Ja, au, alles raus. Und jetzt kriegen wir noch was Lilanes. Jetzt gibt's noch was Feines. Und das schreiben mit unserem berühmten Strich. Ja. Was da steht, egal. Eine Mac-10-Heat. Die haben wir schon. Finde ich aber immer noch geil. Sieht aus, wenn die so gerade aus dem Lavebecken kam. So, aber das wird dann auch nicht mehr reichen. Wir können nur noch mal schauen, wie viel uns dann überhaupt noch fehlt, bis wir was richtig Gutes damit machen können. Wir öffnen den Contract. Packen wir die Guardian. Okay, falsche Seite. Drei Stück. Sehe ich die auch? Ja, das sind dieselben, ne? Hätten wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Fehlen leider noch zwei Waffen dieser Art. Und hier werden mehr fehlen. Hier sind es nur eins, zwei, drei, vier. Ja. Das bringt nichts. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Sollte das der Fall sein, lasse ich es euch wissen. Wir haben leider nichts Gutes bekommen. Also schaut trotzdem beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht ändert sich's da. Macht's gut, bis dahin. Und Shurio.